hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren folge unravel 2 mit ITT und mit das toni wir machen weiter mit herausforderungen wir sind bei 9 angelangt die sind jetzt auch noch in dem vorraum also wir wollen ja erstmal diese herausforderung jetzt fertig haben weil wir dann wieder noch eine etage gleich aufsteigen können so ist es ja wir gehen rein herausforderung 9 10 11 und 12 folgen dann jetzt noch sofern wir die schaffe sagst du genau sofern wir aber ich bislang aber alles geschafft also scheiße ich spring mal wo das ding bewegt sich mit hier rutscht man auch da oben ist ein fias und müssen übers dach glaube ich kannst du dich drüber weg nehmen müssen übers dach kannst du dich entweder in mehr rein oder wolltest du das machen als erstes das wird wartet macht du das mal als erstes was sollte machen du musst rechts und dann runter rutschen und dann musst du da wahrscheinlich irgendwie aus da ist aber ja nix nee aber da muss da oben über das brett rutschen genau hier und da und oben rechts nicht gereicht okay jetzt weiß ich ja wo ja ich lasse ich mir was machen ich muss später auf springen oder jeder von versuche was noch zwei dann versuche ich dann du wieder fünf ja ja okay easy zwei dritt oder vierter auf vierter der reichen doch reicht ein habe ich noch jetzt weiß ich was das ding kaputt kaputt okay hallo okay jetzt versuche ich der controller macht auch krach ja man die gehen nicht kaputt doch die kaputt hallo wie muss man denn da hochkommende musst du denn durch die lücke durch der zweite das war auch abgefallene alle alle fallen ab alle als ob du da noch rangekommen bist und dann links rein ich konnte ja ich habe es versucht nach rechts nach links zu springen aber ich kann rechts nicht ganz dran das ist aber auch knapp ne halt trist gerade so den ring nein zu spät ja nähe zu früh war mich tot das war mein zweiter dritter jetzt spielt man nicht weiter dritter ja und der war gut der war smooth nein kannst du noch mal da kann sie kannst du nicht erspringen ein versuch noch dann bist du wieder dran übel das kannst du gar nicht zu zweit machen nee das muss alleine ja ich komme da nicht also ich muss da noch weiter hoch fliegen jetzt bist du dran deiner knirscht aber auch ein bisschen ja ja das ist doch gut ich bin doch gut ja heute habe ich gerade gedrückt wie nichts gut ist ja hier schon gemerkt aber schon beim ersten sprung gerade nicht na du hast aber auch keine zeit dass du da im schwung holst nee nicht wirklich weil das ding fällt dann da kurzer nach ab der hier ja nein gib ihm jedoch war dritte na ja das ist nicht leicht alter du kannst nicht schwer nicht mehr zurück das wollte ich jetzt einmal ausprobieren letzter 2 ja der war zu früh schade kurz selber lösen ach so okay nochmal kann es mal haben sagte jetzt dass du bei dem länger zeit haus und bei denen ich mir dran kommst meinst du ja kommen wir ja also die viecher die bräuchten da nicht mal sein ist so jetzt jetzt wollen die aus ja der war perfekt jawoll tudi tudi rutscht da da ich kann mich erhalten da links musst du dich hangeln du bist am anfang anfang okay ich habe schon an wenn ich aber anfangen weil das ding auch abfällt ja die fallen alle ab alle einen habe ich noch ne glaub wohl okay also du musst halt den nächsten musste hier ganz am ende treffen so der war perfekt wir mussten ganz am ende treffen springen wir beide drüber jetzt nicht mehr warte bis er dir entgegenkommt ach ich habe da nicht drauf geachtet okay du bist scheiße ja ich glaube dass das der fünfte war wenn es noch viel war damals vier ich weiß nicht wie viele waren ich habe nicht mitgezählt tatsächlich ja auch nicht aber so nachgefühl passen ja guck mal gesagt du kannst dich hier auch halten aber irgendwie rutscht er hier nicht so geil runter ja okay das war deutlich besser aber halt auch nicht wo muss ich denn hin ich glaube du musst es an das brett da wieder oben jetzt ja von der anderen seite so zu früh und die hat gereicht und hier jetzt ganz unten packen genau ja super jetzt ist das easy komisch halte ich noch ein bisschen ja ich muss rechts rum oder was er muss da an das brett von der linksen an der rechten kante dran glaube ich ja ich bin losgelassen war es noch mal zwei jahre sie will dich ja nach gefühl oh ich dachte ich knall dagegen richtig ist ja und jetzt nach links weg war oder das auch wieder ein vier an dem brett muss aufpassen wo da unten zwei stück alter das gibt danach noch weiter hast du es gesehen ja ich habe es gesehen wie ist das denn alles in einem run aber man lernt ja nur dazu eigentlich das hier ist ja noch alles er hat das ist jetzt easy peasy hier komisch eine ganze zeit nicht geschafft da musst du oben dran bis hierhin kommst du eigentlich quasi locker dann die war eine sekunde du arsch letzter zwei glaube ich naja bei dem geht das doch auch ja jetzt bin ich dagegen sprich hoch sprich hoch sprich hoch hallo was hast du auch noch drei jahre ist ich wusste nicht weil ich gelöst hatte so du machst das jetzt ja aber hoffen nein den schon verkackt ja geht tot waren 5 4,5 ja manchmal dann denkt man auch so kann ich angehen den schaffe ich auch nicht verschenkt ja alle ich mache das recht im fünften und letzten muss spannend bleiben ist so aber das ist danach ist vorbei das ist doch der eine der beim nein jetzt habe ich den 500 das liegt an dein komisch kopf da dass du da jetzt mal hängen glaubst ich aber auch da bist du da normal jetzt gerade kriegt gar nicht sind ja jetzt kriegen wir für den arsch kommst du dran ach so ich muss ja mal gucken ob ich es jetzt noch kann ja komm jetzt machst du es vom ersten wieso ist der jetzt unten der war vorher auch nicht unten das war knapp ich weiß aber der fällt ja auch direkt ab die scheiße ja da muss er genau den rand erwischen dass du den schwung quasi dann christner ja ich sehe dich jetzt ganz links am rand das reicht das reicht nicht das war ja auch nicht das war jetzt versuch 2 das ist so übel ey das ist so übel ey jetzt bin ich auch bitte obwohl ich dagegen gekommen bin ich würde sagen ich werde da mit dem kopf wahrscheinlich nicht dran verreckt das gibt es nicht ich kann mich einmal annähern so weit gerade wo sind die da und da da und da da und da ja bei dem kannst du ja drüber springen brauchst du nur am rand dann halt den den kreis erwischt erwischen ganz am rand ja einfachste nichts kontras nicht so schwer wie eins von den anderen eins war noch ein bisschen schwieriger mit dem scheiß hier musst du halt übelst gut rein ja hier muss es halt passende sehr schön perfekt das war neun ne so links war 10 ne links war glaube ich 10 ja wieso wird das nicht angezeigt ja ja 10 ja bewegungsenergie ich bin nämlich nach unten gefallen muss mich die hinterher ziehen weißt du ach so ich habe rot zugeguckt oh mein gott ich will ja rein oder was bei mir rein und einer ist wirklich simpler dann oder ja würde ich auch sagen ich habe schon wieder rot zugeguckt dann nach links dann nach rechts ich habe probleme wenn ich das selber dir rein okay hier fünf versuche und es kann sich glaube ich wenn es geht hier was der kann der drehs rück alter das ok ja hier in schachtal schach halten ja bisher das ding hinten kaputt gemacht hat kann es auch hin auf der anderen seite machen ja aber dann da muss ich ja noch wieder hin und dann ist es schwieriger miese nummer also er war gut auch jetzt ist er abgebogen das war's oh was der hat dich nicht getroffen schön schön jetzt kannst du durch einfach nur durch einfach nur durch alter sehr schön ja ein herz gesicht und auch noch im pink der rosa der rosa pink der rosa rosa pink der rosa rote panther so pink der rosa rote panther dass sowas geiles nicht beim fernsehen läuft ja ne jetzt wäre hier 11 glaube ich oder oben ne ist 11 ja ok schon auch wieder so ein einzig spieler ding kinetisches potenzial potenzial oh katapult ja ich glaube das müssen wir auch zu zweit interagieren hier ok einmal kann ich nach rechts drücken noch muss einmal rein kannst du da rein von da vorne ich muss mich erstmal trennen hab ich ne ja ne war richtig warte und gucken ob ich das hier warte genau was ist mit dem griff das geht nicht kannst du links haben wir links noch irgendwas was haben wir denn noch solche zur auswahl warte mal kann man hier ja wo ich gerade sagen kann man hier hoch achso warte hältst du fest achso ok ich halte fest oder du ok und jetzt da oben ist aber noch so ein kübel ne ja den brauchen wir oder nicht warte ach kannst du dir nichts geh auf geh auf das rohr ja aber muss auf die ok oder so genau dann nehme ich das ja auch runter ne ja das brauchen wir dann ja bestimmt wo bin ich auch da einmal komplett durchschieben richtig warte ganz durch oder ja ja ganz durch und dann da drauf ne in den einmal rein warte 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 ja 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 vielleicht hast du recht könnte das sein mach mal ne geh nicht rein und das war hast du gemerkt ja das war schon mal nicht schlecht mach nochmal weiter geht nicht ich kann nicht schieben scheiße kannst du mitschieben vielleicht ne ja warte 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 ja nein das ding fällt dann so wieder weg ok ok das war ja nicht schmack ist aber nicht genug schmack ist oh oh das ding steht hier richtig doof ok ok jetzt nach links nochmal mit dem ding ne guck mal dass du einmal vielleicht auch so weit hoch ist da musst du du einer muss von der anderen seite den Eimer aufhalten warte mal ne wir müssen den jetzt so jetzt warte das ding muss von der anderen seite von Eimer ne doch nicht das war schon richtig du musst einer muss von der rechten seite den Eimer aufhalten dass er nicht runterfällt diesen Pott hin meinst du ja genau den Blumenkübel oder was das ist so warte du gehst da rein nein 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 oh ja ich wollte auch gerade aber ich wusste nicht in welche Richtung genau so kannst du noch weiter dann ist halt keiner mehr da hinten ne ist halt jetzt schlecht ne warte kannst du reinspringen ganz schnell dann krieg kein Zünder drauf brauchen wir noch ein Gegenstand du musst musst du einmal erst woanders hin warte mal kannst du einmal können wir den Eimer auf das Ding drauf packen und wir schieben das Ding dann hier drunter so ne geht ja auch nicht bringt ja auch nichts also es muss schon irgendwie das der hier bringt der den Stock runter oder geht das auch mit uns wenn wir jetzt drückte mal beiseite ne so kriegen wir es nicht runter das heißt wir müssen diesen Bottich haben kannst du den einmal komplett rüberschieben bitte und da muss hochkant landen oh ja okay warte 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 nein 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 fällt nicht runter aber das bringt doch nichts ne ich will den dann nach links schieben vielleicht müssen wir das Ding einmal ah dass der noch weiter nach rechts geht meinst du der einmal ja das hatte ich nämlich auch schon dass wir unter dem Eimer drunter durchgehen als erstes weil der dann halt noch weiter rechts ist so warte stopp so ne geht ja auch nicht jetzt haben wir ja ne das geht ja auch nicht ich dachte wegen dem Stock aber das passt auch nicht also das ist nicht richtig wir müssen irgendwie das Ding so hart nach oben kriegen wie das jetzt ist indem ich vielleicht rüberspringe na ich glaube da kommst du nicht irgendwie da oben kannst du auch nichts festhalten ne gar nichts was haben wir hier rechts noch ist das nur die Wand mhm da müssen wir rüber oh warte musst du einmal da vielleicht schief drauf liegen oder gerade oder was darf da nichts schief weil er sonst dann sich dreht ey was machst du ich beobachte das wie sich das Ding verhält da komm mal der Eimer geht auch jedes Mal schief oh warte kannst du einsteigen warte schieb mal den Eimer nochmal rüber ja warte scheiß jetzt mich runter warte kurz jetzt komm ich nicht drüber ne geh mal auf die andere ne das geht nicht dass du denn einsteigst warte 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 du warte sonst gibt der Stein jetzt gibt das wieder hm man kann ja auch nicht irgendwie also es ist ein Katapult aber musst du im Eimer sein um geschleuert zu werden oder obendrin ich würde sagen eher obendrin weil oben sitzt das Gelenk warte dann können wir mit dem Bottich den Eimer nochmal nach links kippen ja das drückt den Eimer mal nach links schieb mal den weiter nach links weiter weiter jetzt langsam kannst du dich da nirgends fest hangeln ist nix das Ding haut ja auch viel mehr irgendwie ne also moing ja dann brauchen wir einen Gummibärten warte warte das Kit und wenn ich mich hier hinstelle auch scheiße wir können auch nicht schwingen irgendwie ne haben wir nicht noch einen zweiten Bottich ja komm ob da noch was ist ich glaube nicht komm mal mit ne gar nichts die Schublade geht da vielleicht auch nichts raus ne die obere auch nicht hm hm wirst du wieder so blöd ich glaube der Eimer der darf nur nicht unten drauf ballern hier ja was macht das Holz kann man das weg machen warte mal keine Ahnung machst du mal damit das Holz gekutzt wenn du das jetzt ne das wäre ja auch schwachsinn oder müssen wir den einklemmen den Eimer dass er hier drunter eingeklemmt ist schieb den mal so weit nach rechts wie es geht welchen den du da jetzt hast ja wenn er drunter eingeklemmt ist passiert ja nichts warte das hält nicht wenn ich da weggebe dann ballert der wieder woanders hin kann ich den da rein machen ne ich schieb dich nur weg ja ja das macht nichts also ich glaube der Eimer der muss da schon auf den Stock drauf weil er ja halt dann anfängt zu schleudern irgendwie aber der Eimer muss glaube ich entweder gerade drauf oder schräg dass er aber irgendwie nicht unten aufhaut aber irgendwie der haut uns ja in die falsche Richtung wir müssen ja nach rechts ja weil das Ding wenn das ja runterflippt haut das Ding ja nach links ja deswegen sag ich ja das da oben der Pinöpel der da rausguckt der jetzt über mir ist ja dann müssen wir da irgendwie dass das das Schleuderding ist dann müssen wir da irgendwie rankommen warte warte das Ding hier nach links ah ne geht gar nicht das hält dann nicht ne dann bleibt der Stock nicht so ne oder kriegt man das hin dass der Stock so bleibt naja bei dir geht das klappt auch nicht das heißt das Ding kann ich dich warte kann ich dich hoch schwingen warte das ist wenn ich schnur oh hast du gesehen ja jetzt hole ich dagegen naja kommt es aber nicht hoch ist ja keine Chance hier drauf landen zu bleiben also drauf zu bleiben wenn du gelandet bist fuck also wenn ich das aber so mache wenn man das hier drunter legt dann könnte ich da ja oh mein Gott ja tu die den hier da drunter legen ne leg den da drauf genau warte der muss dahinter der weiße Eimer muss dahinter dahinter oder davor ne dahinter warte äh ne da nee so geht das ja nicht mehr nee so geht das ja nicht mehr weil sonst so warte 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 ja aber so gehts ja nicht du kannst das ja nicht mehr hoch machen doch 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 ich hab ne Idee ich hab ne Idee lauf nach rechts bringt noch nichts ne lauf nach rechts nach rechts laufen bringt nichts mach einfach macht du meinst jetzt hier drauf scheiße Mick schieb den weg ja du hast verstanden Naja, aber dann reicht es glaube ich nicht, um mich dahin zu katapultieren. Nee, aber du hast Gewicht, dass du das vielleicht nach unten drückst, weißt du? Meinst du? Was weiß ich? Ja, das war zu viel. Wir müssen den da irgendwie oben drauf kriegen und dann so halten. Irgendwie das Gleichgewicht versuchen zu halten, dass man da irgendwie drauf kommt. Hatten wir gerade auch geschafft. Geh du mal drauf auf die Bottiche. Wie jetzt? Jetzt auf den Eimer und hoch auf das, jetzt hoch. Oh, der war aber schon gut. Ja, warte, du hast ihn nicht zu hart ballern, weil sonst musst du uns unten drunter durch, wenn du runterfällst. Alter, warte. Jetzt. Kannst du hier hoch? Vorstell den Bottich holen. Ja, hol. Das ist nur mein Gewicht. Und da liegen lassen. Stopp. Nee, nee, nee. Nicht, dass er runter geht. Dann lassen, lassen da liegen. Das könnte jetzt gehen. Ich kann nicht springen. Ich kann nicht laufen. Er drückt den Eimer hier. Er drückt den Eimer. Jetzt kann ich laufen. Hast du L2 gedrückt? Nee. Doch, hast du wohl, jetzt hast du wohl. Oh, kannst du mich schwingen. Lass mal los, lass mal los. L2 nicht drücken. Ich drück gar nichts. Hat nicht ganz geklappt. Warte, ich hole dir noch ein Stück wieder. Nein. Das hat zu weit, das hat zu weit. Oh, das hat zu weit, aber Panic. Okay, nochmal hoch. Den Eimer. Ja, ich will, dass das nicht mit schiebt. Einmal, das ist egal. Das schiebst du gleich, sagt er, wieder mit zurück. Den lassen wir jetzt einfach so werden. Der Eimer muss nur gerade irgendwie drauf bleiben. Also der muss noch hier unten drauf bleiben. Sonst haben wir ein Problem. Und jetzt bist du da irgendwie... Ja, deswegen sage ich schwingen. Wieso habe ich da denn jedes Mal einen Stopp, wenn ich da drüber springen will? Willst du dich schwingen, wenn ich hier mit dir draufgehe? Und jetzt schwingst du? Ja, hier kann ich nicht schwingen. Hier kann ich nicht runterspringen. Was, ich gehe rechts rum und schade hat nicht gereicht. Ich habe auch noch festgehalten. Du hast festgehalten. Ich lasse los. Ja, genau, halt mal nicht fest. Mal gucken. Na ja, okay, so nach links ging gerade nicht. Das ist zu hart, ne? Ja. Zu viel sei. Könnte klappen. Ja. Das könnte klappen. Soll ich mich weiter links jetzt stellen? Nee, nicht bewegen. Aber du musst aufpassen, dass du gleich nicht runterfällst. Oh, es kann sein, dass ich dich mal irgendwie mit festhalte. Alter. Reicht das? Naja, es war noch zu lang. So. Alter. Das ist auch schwer jetzt, ne? Ich darf ja den Eimer nicht berühren, aber ich muss genau... Aber der Sprung, wenn du nur rüberspringen würdest, ist das, glaube ich, zu weit. Wo haust du denn immer gegen? Immer unten an das letzte Stück. Ich müsste, glaube ich... Ich komme hier nicht so ganz nach... Ach, du hast es festgehalten, oder? Nee, ich habe nichts gedrückt. Ich habe nur einmal kurz mich nach links gelassen. Was ist das weird, ey? Da komme ich halt unten gegen. Ganz kleinen Winkel, so. Aber ich komme da irgendwie nicht ganz lang. Oder noch kleiner. Ja, aber dann hau ich hier gegen den Eimer, siehst du? Und dann kriege ich keinen Schwung. Da muss ein Stück mehr Seil, muss ich haben, so. Ja. Das ist besser. Oh. Ein bisschen mehr Schwung. Ja, nochmal gucken. Zack, zack. Sieht gut aus. Ja! Nein! Oh, knapp. Ja! Ja, das sah so aus. Ja. Ja. Alles klar. Okay. Ich schiebe den Eimer einfach runter. Aber du darfst nicht festhalten, ne? Warte, ich komme mit dir drauf. Aber du musst den Bottich wegpacken. Und du musst dich dann nach rechts stellen, damit ich genug Seil habe. Du musst nach rechts laufen und rechts stehen bleiben. Wie? Scheiße, bleibt er bloß stehen. Das hat ja jetzt gar nichts gemacht. Bleibt er bloß stehen, Toni. Ja, ich bleibe stehen. Hallo? Ich kriege den Eimer nicht geschoben. Ich kriege den Eimer nicht jetzt. Alter. What the fuck? Dein Toni, Toni! Toni! Das war es. Bei dem Eimer. Wieso hast du denn keinen Schwung gekriegt? Keine Ahnung, hat nicht gereicht. Halt fest. Wieso schiebe ich den Eimer schon wieder nicht? Hä? Hä? Wieso war das so dunkel und ist jetzt hell geworden? Ich kriege den Eimer schon wieder nicht geschoben. Jetzt? So, steht drauf. Okay. Die musst du einmal kurz loslassen. Versuch jetzt mal zu schwingen. Vielleicht kannst du auch im Eimer und dann rüber springen. Reicht nicht, wa? Nope. Oder ist hier aber gut aus? Na? Hä? Wo haben sie sich da hingesetzt? Ja, weiß ich nicht. Macht aber wo mal? Ich glaube, du musst schon auf dem Eimer stehen. Lass mal los. Ja. So. Nein, da kommst du auch nicht drauf. Aber wieso haben wir denn gerade eben keinen Schwung gekriegt? Zieh's mich mit. Alter. Ich bin eben im Eimer. Da muss halt stehen bleiben. Glaub ich, wenn du springst, dann versetze ich das, glaube ich, nochmal dann. Oder deinen Charakter. Nein. Warte. Okay, du musst oben drauf. Ja, wollte ich. Okay. Lass mich machen, weil sonst rutsche ich mal mit. Warte. Ja. Oh, nochmal. Ich mach mit L2, ja. Oh, jetzt kann ich aber nicht mehr. Okay, weil ich da festhing. Oh, nee, ich kann, ich muss das machen. Geh nicht. Überlegen kannst du aber die Länge doch machen, oder nicht? Warte, ich stehe mich hier oberste Punkte hin. Oh, zieh's mich halt jedes Mal mit, ne? Ja. Nein. Äh, was machst du denn? Ich halte dich doch fest. Ja, sag ich, weil ich hier jetzt mal mit runterrutsche und dann passt das nicht mehr. Achso, okay. Oder ich stelle mich hier weiter hin. Ja, das könnte, glaube ich, sogar besser sein. Ja. Okay. Oh, jetzt bin ich ja weiter unten als gerade eben, oder? So, jetzt meine Frage. Schieb den einmal nach links. Genau. Den einmal links runterschieben, ja, dann krieg ich Schmackes. Einfach runterschieben jetzt? Ja, und kein L2 drücken, ne? Nicht festhalten. Ja. Ja, easy. Okay. Alter. Level war ja easy peasy, Alter. Ja. Das konnte ja gar nicht. Eine halbe Stunde. Echt? Ähm, nee, nicht ganz. Das war jetzt das zweite, ne? Nee, nee. Das dritte. Ja, stimmt, das dritte. Ich bin nach links glauben. Eins haben wir noch. Das braucht, dafür brauchen wir eine halbe Stunde. Na, ich glaube, das wird jetzt so leicht, weil die anderen schon so lange gedauert haben. Das ist oben. Komm, gehst du noch mal rein? Oh, ich war da unten. Ob sich das, die wird nochmal nichts. Nee, das hier kann man. Äh, verlassen. Jetzt innerhalb von einer Minute hätten wir das. Soll ich noch einlaufen? Oh, ich fall da fast schon. Was? Ne, Toni? Ja, ich bin gesprungen. Oh, was erwartet uns hier denn? Was ist denn das? Kennen wir das? Fuck, so. Hallo, Toni. Das bist du. Das bist du. Ich bin in hier drin. Warte, wie kommen wir denn hoch? Da oben rechts ist ein Zweig drüber. Da ist direkt ein Zweig da drüber. Ja, aber da kann ich wirklich hin. Klar, nein, der grüne, der hier. Hallo, ich dachte, das gehört zum Hintergrund. Ja, sah auch erst so aus. Super Kräfte. Okay, was haben wir? Oh, ja, wir müssen den Klo machen. Sollen wir erst den Ziegel holen? Ja, er ist den Stein da hinten. Warte mal, wäre das ein Katapult gewesen? Warte. Ich glaube, das sollen wir zum Katapult machen. Ah, Moment, irgendwas stimmt nicht. Hier ist ein Seil. Und wenn ich das hier mache, bringt das hier gar nichts. Ein Knochen. Was ist da unten rechts? Ah, ich verstehe, warte. Ich stelle dich auf die andere Seite. Und dann hochkaterp... Ja. Hochbouncen. Den Stein erst hochschmeißen, um das Fenster zu zerbrechen. Oh, wir haben uns gerade umwickelt. Ups. Oh nein. Oh no, okay. Den Stein willst du hochschmeißen? Ja, warte. Schmeißen mal runter. Kannst du drauf springen? Müssen wir das zu zweit machen? Dann bewegt sich kein Millimeter. Mal hoch. Mal gucken. Ich gehe nicht rein. Hä? Ich gehe nicht rein. Okay. Wow. Okay, was haben wir denn hier? Wir haben hier... Warte mal, kann man da... Bringen den Stein, der muss hier hoch. Ich habe eine Idee. Hier einen Knoten und da oben Knoten. Ich stelle mich drunter. Hoch. So, und du schiebst den Stein hoch. Richtig. Geht das? Nein, das geht nicht. Schieb mal zurück. Den Stein meine ich. Du musst hier Knoten machen, bei dem Ding hier, oder? Unter mir. Ja, und wo noch? Keine Ahnung, wo fragst du mich? Weil da oben links ist nochmal ein Stein. Siehst du den? Den habe ich nicht gesehen gehabt. Ähm, da müssen wir jetzt... Warte, ich... Wir brauchen jetzt zwei Steine. Kannst du dich ganz schnell rüberschieben? Warte, warte. Hat das... Funktioniert das nicht? Haben wir hier einen längeren Hebel? Nee. Der Stein muss nach links. Wenn wir aber da einen Knoten drauf machen, passiert nichts. Das bringt nichts. Wo macht man dann noch was drauf? Oder kann man den linken erst... Kann man den linken auch direkt holen? Ja, jetzt habe ich drei Knoten. Okay. Also irgendwie... Warte mal. Eike? Ja? Das Ding hier hoch. Ich habe mich hier auch ein bisschen mal umwickelt. Muss mal wieder zurück. Wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt einen Knoten... Wenn ich jetzt... Ah ja. Wenn ich jetzt hier einen Knoten mache... Und du gehst da drunter. Und du machst da unten einen Knoten. Hier unter mir. Und dann gehst du zum Stein logischerweise. Kommst du da dran? Warte. Warte, ich mach mal mal lose meinen Knoten. Kommst du da jetzt dran? Ja. Okay. Jetzt komme ich auch nicht zurück. Nach rechts nicht? Oh, guck mal. Toni, vergiss es. Vergiss es. Vergiss es. Geh zurück. Geh zurück. Anziehen. Alles klar. Ja, ich habe Knoten gelöst. Ja, ich habe es gesehen. Dass man das anziehen kann. Okay, das habe ich auch nicht erkannt. Stein muss hier drauf. Warte. Erstmal musst du... Mach mal. Achso, ja, okay. Genau, richtig. Also schließt mich halt trotzdem. Ist aber egal. Ja. Oh, du gehst da oben wieder lang? Ja, ja. Warte, 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 warte. Da musst du den Knoten erst machen. Ah, nee, muss anziehen. Knoten musst du nicht machen, genau. Jetzt bringst du den rüber. Okay, jetzt muss ich hier unten Knoten. Den machst du da unten. Ich mach den hier oben. Nee, erst den Stein zurück, genau. War keine Absicht. War noch nicht zu weit. Ich habe keinen Knoten gemacht. Jetzt. Und jetzt nach rechts. Warte. Und du stellst dich auf die Seite, genau. Knoten weg? Ja, ich habe Knoten weg. Tschüss. Schieb den anderen Stein weg? Ja, der muss erst mal weg, sonst haben wir gleich den Stein da oben wieder. Warte, ich mach mal eins zuerst. Ja, ich weiß, ich weiß, deiner muss zuerst, weil er ins Fenster muss. Okay, der liegt gut. Die müssen Plätze tauschen. Ja, genau, weil das der große ist. Hallo? Hä? Nein? Warte, warte. Warte, warte, zieh mal den Hebel. Wenn das oben ist, den will ich einfach da drüber weggeschieben. Achso, zieh doch einmal den Hebel. Dann können wir die direkt tauschen. Warte. Du musst nur den Hebel ziehen. Dann musst du einen Stein dem drauf. Ja, jetzt ist auch egal, können wir auch durchschieben. Ja, dann schiebe ich durch. Ja, ist auch egal. Warte, 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 warte mit dem Stein, dann musst du ja zweitest du jetzt. Ich kriege den alleine nicht mehr hoch. Ich komme auch gar nichts mehr hin. Du hast es zweimal umwickelt. Oh, was. Ach, das hier konnte ich nicht schieben. Weil das Seil zu kurz war. Ja. Schiebst du den kleinen da hin? Et voilà. Hier. So, den dicken wieder rüber. Ich schieb dir den hin. Ja, okay. Dann gehe ich hier schon mal rüber. Ja, guck, das war jetzt lange nicht so schwer eigentlich. Ich zieh dich. Weh doch weiter. Noch was? Hä, so dunkel und dann wird es doch wieder hell. Verstehe ich auch nicht. Ja, das war easy peasy, wa? Ja, das war gar nicht so schwer. Das konnte gar nichts. An den Stein erst mal finden. Das davor war noch viel einfacher. Und mit dem Katapult konnte gar nichts. Das stimmt. Da ging nichts. Da war ja mit der Feier wirklich. Das war ja Moch, war das. Ja, Moch. Moch. Ja, Leute, das waren die anderen Herausforderungen. Also, ich weiß nicht, wie viele noch folgen, aber wir haben jetzt diese Ebene auch fertig. Als nächstes folgt dann wieder... Kapitel 5, oder nicht? Nee, ich glaube, 4. Ja, 5, glaube ich, könnte es sein. Ja, danke fürs Zusehen. Lass gerne einen Like da. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Tschüss.